Moin Leute und damit herzlich Willkommen zum Video, also zum neuen Video. Yeah, hey, bin komplett lost heute wieder unterwegs. Wir spielen heute ne Runde Bad Wars und dann noch eine Runde Grinch-Simulator, je nachdem was, wie viel Zeit wir haben. Egal, rein da. Also, es kommt heute vielleicht, wenn ihr Glück habt, kommt heute vielleicht noch was mit nem Freund von mir. Wer weiß, vielleicht sogar Among Us. Wer weiß, aber vielleicht auch ein anderes Game. Wer weiß, okay, ich hoffe. Gut, 3, 2, 1, 0. Anders lag. Und wer bist du? Du bist mein Mate. Ey, ich brauche nicht so. Guck, wie ich ihn auskrisse. Er hat keine Chance. Guckt ihn euch an. Er hat keine Chance. Hey, hab ich ihn noch rausgelockt und dafür wollte er wirklich gehen. Das ist schon geil. Ich bin so witzig. Ihr merkt, wie witzig ich bin. Oh, nein. Mist. Endstone. Wo hat der Typ jetzt bitte Endstone her? Stop, Penny, du kannst noch nicht mal rennen. Okay, also, Yellow ist draußen. Safecoil bin ich wieder der Erste, der rausfliegt, weil ich hier wieder eins von hinten auf die Nut bekomme. Also, das kann man nicht zerstören, aber das ist anders geil. Ich wollte ihm helfen. Sorry. Ich mach so. Aber wieso baut er das Bett ein? Iiiiih. Ist voll eklig. Penny geht mit nem Feuerball und geht ja richtig in die Defense. So, falls uns jemand erbeutet, kann er sich freuen, dass ich so ehrenvoll bin. Aber es wird niemand schaffen, uns zu erbeuten, weil ich sie davor schon ausgebeutet habe. Oh! Iiiih, was ist er denn? Genau die gleiche miese Ratte wie ich und der. Geil. Ich schweck, der kann ruhig mal rüber zu uns kommen. Hier, 32 Blöcke. Okay, also, Leute. Der Benni begibt sich jetzt auf gefährliche Missionen. Wir müssen aufpassen, Leute. Nur Yellow ist bisher draußen und es wäre anders peinlich, weil die sind gelieft. Sie sind safe gelieft. Ich bestrafe ihn. Die bestrafe ich auch dafür. Boom! Benni ist so ein Sniper-Wifer. Junge, der kann mir danken, dass er noch lebt. Begibt sich jetzt den TNT und dann natürlich noch Blöcke. Das reicht aber nicht. Wir brauchen noch... Ja, das reicht. Ich dachte gerade mal mit. Ich dachte gerade, das wäre der Gegner. Das war der Gegner. Wieso bin ich so lost? Natürlich war das... Okay, wenn er seine Feuerbill für ihn verschwendet, nehme ich. Wenn er mich runterschmeißt mit einem Feuerball, dann probiere ich... Ich habe das gerade so... Ihr seht es nicht, aber ich habe meinen einen Finger gerade so über der 2, dass, wenn er mich runterschmeißt mit einem Feuerball, dass ich ihn instant noch bewerfen kann damit. Nicht, dass noch jemand... Nein! Wir fliegen wirklich. Was hat er denn für eine Kill-Aura? Scheiße, sorry, Leute. Let's go. Komm. Nicht aufregen. Selbst ist der Mann. Und jetzt die noch versprochene Runde. Warten Sie, meine Damen und Herren. Für Sie. Der Queen Simulator. Wenn er noch dieses hier lernen will. Okay, Leute. Wir machen wieder die altbewährte Taktik. Wir starten von hier ins Zentral. Wir starten so ins Zentral. Guck mir ihn wieder an. Wow, dieser Start. Oh, dieses Geschenk. Ah, wer ist da? Ja, war ich das? Ich habe alle 3 Gifts. Ich schnappe ihn alles weg. Hier. Noch ein Geschenk. Boah, Benni macht sich. Benni macht sich. Bin es als Zweiter? Oh mein Gott. Ich habe was geschafft. In diesem Game ist mein Ziel, einmal, aber auch nur einmal, Erster zu werden. Ich will ja gar nicht so richtig übertrieben, ob erster werden. Sowas wie Basti GHG. Ich will nicht so gut sein wie Paluten oder sowas. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Game hier schon mal gespielt haben. Guck mal, wie ich jetzt schon wieder hier eingeholt werde. Roadrunner. Miep, miep. Miep, miep. Come on, Leute. Wir müssen. Das Haus ist gut. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Wir müssen hier hoch. Leute. Leute. Oder? Außerirdische. Ich weiß es nicht, wenn mein Video, wenn meine Videos überhaupt guckt. Egal. Hier war schon jemand. Feind 30. Feind 30 Gifts. Okay, Penny. Ist hier oben schon alles leer geräumt worden. Junge, das Zimmer hab ich schon abgecheckt. Ich bin da so los. Komm, wir können das erste Mal... Leute, wir können das erste Mal... Nein. Wenn ich jetzt hier wieder so... Oh, ich hab da noch ein Geschenk gesehen. Noch ein Gift. Ich hab 20. Das erste Mal. In meinem Leben. Leute, Leute, Leute. Könnt ihr es passen? Nee. Oh, nee. Leck. Äh, Leck. Wenn ich muss... 21. Ich bin immer noch Dritter. Ich will einfach Dritter werden. Ich will einfach... Gewinnen und Dritter. Leute. Ich glaub, das hab ich schon. Wo sind denn die anderen? Ich muss auf die Seite. Leute, 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 Leute. Ich wurde noch nicht überholt. Ich gewinn! Hab noch nie in diesem Spiel überhaupt mal einen dritten Platz belegt. Und jetzt frag ich mich gerade... Wer räumt hier wieder alle Geschenke leer? Das sind meine Geschenke. Nie. Nie gönnt mir jemand mal was. Komm, Leute. Doch. Ich hoffe, ihr gönnt mir ein Like und ein Abo. Yeah. Nein. Geh mir aus dem Weg. Junge, du hast doch eh schon gewonnen. Also zweiter Platz erreicht. Da musst du doch auch Rücksicht auf mich nehmen. Ja, okay, Leute. Er will auf den ersten Platz. Das würde er aber nicht schaffen. Ja. Geh, geh. Als ob ich jetzt zweiter geworden bin. Als ob ich jetzt zweiter geworden bin. Wegen zwei Geschenken. Leute, zwei Geschenke. Okay. Sorry, Leute, dass ich so nicht schuld bin. Ihr könnt aber trotzdem liken. Ey. Okay, das war's von dem Video. Haut rein und schau. Tschö mit. Adieu.